Mein Neffe hat mir ihre Fotos gezeigt, hat mir ausgezeichnet, gefallen sie am Talent, das sieht man gleich. Samuel, bitte nimm das ernst. Samuel, bitte nimm das ernst. Du hörst dich an, wir ein absoluter Vollidiot. Ich brauch das Geld. In der Höhle da sind, Dinge passiert. Was soll das heißen? Das kann ich dir nicht erklären, aber das war nicht mehr lustig. Du bist ein Trottel. Schau, mir sind irgendwelche Scheißgeister scheißegal. Ich will einfach nur meine Tasche zurück. Sei doch gestört. Ich brauch ihre Arbeit schnell, seriös und fehlerfrei und zwar bis übermorgen Mittag. Ich sag, dieseء. Bis zum nächsten Mal. arn goh Untertitelung des ZDF, 2020